Er holt sich im Mittelfeld den Ball. Ja, ja, Touré jetzt. Das könnte die Chance werden. David Silva, ganz starke Aktion vom Torhüter. Und Eckstoß. Den Ball holt er sich, vollkommen problemlos. Deulofeu, der Ball kommt. Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Über die Torauslinie, Ecke. Matthias unterbrochen, es gibt Einwurf. Ja, ja, Touré. Und nun Fabregas. Aguero. Schönes Ecklegen und den Ball erobert. Schlussphase läuft. Gelingt Ihnen hier noch der Lucky Punch. Ein Treffer, ein Tor würde ja reichen. Dann hätten Sie den Aufstieg sicher. Vielleicht geht das noch. Kopfball Chance. Jetzt hatten Sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Vielen Dank. 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 War das die Entscheidung, Burschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Jetzt gibt es den Endspurt. Drei Minuten Nachspielzeit. Da hat er den Pass unterbunden. Ganz wichtige Aktion. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Sie haben ihn, sie haben ihn, sie haben den Aufstieg in die vierte Liga. Und nicht nur das, sie haben auch noch die Chance auf den Titel in dieser Spielzeit. Die hauen nochmal alles raus. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Das ist ein Ausbringart. Das ist ein Ausbringart. Der Schiff zu haben, wie die Schlügel hat. Und dann können Sie sich das erst malen.